willkommen zu einer weiteren folge meisterigen monsters und zwar leute in diesem video wenn wir mal auf der mythischen insel ein scheroblase platzieren und ich würde mal sagen wir drücken erstmal drauf hier let's go das haben wir teleportiert und genau scheroblase mythisch genau da ist es neue eintrag auf der mythischen insel und ja dafür noch einige ich bin mal sehr gespannt auf den sound ich glaube ich kenne noch gar nicht keine ahnung wir gucken mal so erst mal ein bisschen pushen auf mit 10 ich bin mal sehr gespannt okay jetzt können wir es mal machen so ich habe leider keine ahnung ganz genau wann das anfängt ich habe gerade schon schon gehört das monster man hat gerade schon hören können aber genau ich wollte mal kurz abwarten ich glaube im letzten video kam das video über den posaunen und finde ich auch ganz nice vom vom sound her ich fanden halt auf der kalten insel ein bisschen besser so fängt er mal an jetzt der scheroblase let's go ich glaube der 22 sounds einmal oben einmal unten oben ist so eine harfe kann man so ein bisschen vergleichen mit einer harfe und unten weiß ich es gerade nicht was er da macht aber ich würde sagen wir warten erst mal ab bis der anfängt immer noch nicht immer noch nicht genau hier in der mitte oben in der mitte sieht man das weil ross den job und rechts den katzelisator genau so fang mal an bitte ja ist wirklich ein sehr leiser leises monster wir machen weiter schön so geht es noch weiter ich glaube nicht ja das war es ein sehr leises monster im hintergrund ein hintergrund monster und ja finde ich nice man könnte ihn trotzdem noch ein bisschen lauter machen meiner meinung nach ich finde das bisschen bisschen schwach von entwicklern dass man nicht nur das monster sondern auch andere monster ein bisschen zu leise macht aber ja es ist es halt so muss man mit leben aber ansonsten finde ich den sound richtig schön ich glaube es ist so eine reis kann die personen harfe ist oder vielleicht einfach nur irgend anderes instrument so ich weiß es nicht ganz genau aber ich glaube bei diesem bei dem schaf war das eine harfe und bei dem dachte ich auch dass es eine harfe ist aber kann auch in die gitarren sound sein ich weiß es nicht aber ich dachte erst dass wenn eine harfe und ja ich würde sagen leute das war's mit dem video wir haben jetzt vier monster auf der mythischen insel ich versuche gerade noch mal was zu züchten wir können mal abchecken weil das eine monster können wir züchten zusammen also mit dem katalysator zusammen mit dem juke let's go ne neun stunden das wird nix und ich würde sagen ich glaube da ist er noch mal das war schon wieder okay ich würde sagen genau ich würde sagen hiermit beende ich das video ich habe nichts mehr zu sagen und wir sehen uns einfach im nächsten video wieder ums nächste mal ciao